Wenn man noch einen weiteren Schriftzug verkraften kann, seht ihr, häufig wird es so geschlossen. Und welcher Buchstaben? Das große G ist jetzt da ein Halbkreis so. Oder beim großen G muss man jetzt erstmal mit dem C anfangen, so wird daraus ein E, so, 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 das ist das C, jetzt den Strich da durch ist ein E, und wenn ich jetzt so mache, dann müssen wir nach dem Abendbrot auffrischen, sonst werden die Dornen ungeduldig. Das ist das G? Ja, jedenfalls das gute Schicke. Ja, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen. Ja, jetzt machen wir eigentlich noch eine extra Lektion, bitte, ne? Okay.